Kommen wir jetzt zu dem ersten Kapitel und zu den ersten Hadithen. Und zwar sagte der Autor, Kitab-u-Tahara, Buch über die Reinigung oder Buch der Reinigung, je nachdem, wie man es übersetzen möchte, Erläuterung. Der Begriff Buch, Arabisch Kitab, ist sprachlich auf das Verb Ketab zurückzuführen. Wenn man etwas schreibt, dann sagt man, er schreibt ein Buch. Und mit Kitab ist etwas gemeint, was auf einem Papier oder auf einem Blatt niedergeschrieben wurde, um es an weitere oder an andere weiterzugeben und ihnen davon zu berichten. Du schreibst zum Beispiel einen Brief oder du schreibst ein Buch. Auch fachbegrifflich wird Kitab zumeist in den Hadith- und Fiqh-Werken als Oberüberschrift verwendet. Du machst ein Buch auf, ein Hadith-Werk oder ein Fiqh-Werk, dann hast du ein Oberkapitel und Unterkapitel. Das Oberkapitel heißt immer Kitab, wie hier in diesem Fall, Kitab al-Tahara. Es geht also in diesem Oberkapitel um al-Tahara, um die Reinigung. Und unter dieser Oberüberschrift, wenn wir das so nennen möchten, werden oftmals Unterkapitel angeführt. Diese Unterkapitel werden Bab oder Abuab genannt. Und die Gelehrten sammeln darin, also in diesem Kutub, Kapitel und Abschnitte. Das soweit zu dem Wort Kitab. Der Begriff Reinigung, er sagte al-Tahara, bedeutet sprachlich die Reinheit von äußerlichen und moralischen Unreinheiten. Und fachbegrifflich ist damit gemeint die Aufhebung der rituellen körperlichen Unreinheit mit Wasser oder Erde. Du möchtest rituell rein sein, damit du das Gebet verrichtest. Deswegen musst du eine bestimmte Art von Tahara durchführen. Und in diesem Kapitel führt der Autor insgesamt sieben Unterkapitel an. Also sieben Abuab. Wir haben Kitab al-Tahara und darunter sind sieben Unterkapitel. Und insgesamt sind das 44 Hadithe, die wir mit Allahs Erlaubnis lesen und erläutern werden.